Ja, du bist so... Hahaha, die eigene App! Oh man! Das hätte echt... Wenn der jetzt noch so Schießgeräusche machen würde... Hat er doch gemacht! Idiot! Gern nicht runter! Gefahr! Du darfst da nicht reinlaufen, du Idiot! Mach ich doch gar nicht! Blöd, Mann! Ist das eigentlich ein Kackteil? Das sollte mich zerquetschen! Ja, jetzt hätte er abgeblockt! Kann man ja gar nicht benutzen, um Gegner zu töten! Dann gehst du hier auf den Vorsprung? Jaaa... Darüber! Oh, 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 die Palette liegt so... Oh, oh, Alter, bist du gut, du! Neuer Tag, neues Glück! Und damit fangen wir auch schon gleich die nächste Folge an! Äh, wir sehen uns natürlich wieder! Der schöne Joshua! Also der Esel nennt sich immer zuletzt eigentlich, aber... Josh Bert und der Jan Bert! Genau! Ne, das klingt doof! Jan Christoph! Bert! Bert! So, ich denke wir holen uns jetzt ein Auto und... Annie und Bert Bert! Du lernst das nie, ne? Ne, lerne ich auch nicht! RB und SA durch Spam! Okay, jetzt steht der da hinten! Das Auto lernt das auch nie! Warum spawnt das nicht direkt vor mir? Okay, das war zwar langweilig, aber... Das ist es halt! So... Gehen wir einfach mal hier rein! Wir gehen auf die Karte! Und... Nehmen wir den da! Fahren wir da hin! Machen natürlich wieder das T2S-Türme hier! Weil das schaltet interessanter Ort frei und... Alter, ne? Töte jetzt keinen! Jetzt nochmal die letzte Folge nochmal, weißt du! Äh... Da waren dann doch schon ein paar viele... Ja! CTOS... Äh... CTOS-Scans auch und Polizei verfolgen! So, wir haben den schlechtesten Ruf übrigens! Ja, der überhaupt möglich ist! Also... Hooligan hatten wir ja schon länger! Ich glaube den hast du auch direkt, wenn du die Kampagne abschließt, dass du Hooligan hast! Aber wir sind jetzt... Ganz unten am Anschlag von Hooligan! Also... Ne? Ich glaube wir sollten hier mal... Was tun dafür, dass wir... Das bringt nichts mehr! Das ist so viele! Doch, man... Nichts ist unmöglich für einen wahren Joschbert! Und dann fahren wir... Kommen wir da nicht durch durch die Tür bitte? Nein! Da ist ein Fluss! Ne, ist gar nicht! Abraham Lincoln! Was ist denn das? Janni, klär uns doch mal auf! Ich glaube das ist mein Geschichtslehrer! Okay! Da war nichts! So! Nein! Kein Scan! Fahr doch einfach weiter! Ich hab mal einen Kiosk gesucht! Der Schnückbert! Okay! Packen wir hier mal! Packen wir hier mal! Also wenn das nicht gut gepackt war, dann... Äh... Heiß ich nicht mehr Joschbert! Sagen wir ja Schiene! Ne! Also hier... Ich glaub du musst auf andere Seite! Ich muss gar nichts! Okay! Du musst auf andere Seite! Aber mit dieser Kamera kann ich gar nicht so viel machen! Mhm! Wir sollten jetzt hier... Weil mir jetzt gar nicht auffällig ist, dass auf einmal eine Kamera die ganze Seite so dreht! Ne! Ja! Doch die gucken gerade! Das ist dann irgend so ein... Äh... Mitarbeiter der... Äh... Gerne Leute beobachtet! Ja! Aber nicht so im Kreis! So hoch runter! Weißt du! So dreidimensional! Nicht so helikoptermäßig! Ach! Läuft der denn jetzt? Ja! Danks bei uns! Wir sind der Recher! Okay! Guck mal! Ne! Ich denke die Kamera wird noch für irgendwas nützen sein! Ja! Aber wir können ja nicht auf der Karte sehen! Kommen wir irgendwie von hinten rein? Von hinten ist zwar keine Lösung, aber... Cash Run! Ich glaube dann doch irgendwie! Fand ich jetzt nicht so toll den Cash Run! War ganz lustig! Ja! Aber es war jetzt... Nicht so das... Was ich jetzt jeden Tag machen muss! Ich denke wir würden mal sagen du gehst da mal runter! Ja! Hattde ich vielleicht vor! Aber wir müssen da hoch ne? Ja! Okay! Ja! So da hast du eine Kamera! Ach ne! Waren wir... Ne! Waren wir mal! Ne! Waren wir mal! Ne! Sprengen möchte ich nicht! Da oben ist eine Kamera! So, lass über die Kamera gehen und dir den Weg entriegeln, gehen ja lang. Da ist ein Lift, okay. Warte, das hat jetzt diese Tür aufgemacht, oder? Das hat jetzt die Tür da hinten aufgemacht. Deswegen wäre ich mir trotzdem mal interessiert, wie wir hier hochkommen. Da ist ein Lift auf jeden Fall, gehen wir mal raus. Ja, wir müssen, warte. Siehst du nix? Ja, geht aber, ne, okay. Wir gucken, weiter rechts ist ein Lüfter. Ja, ich... Ja. Wir haben es vom Lift auf dieses Gerüst, ja. Ja, okay, beenden und dann gehen wir einfach... Das ist nicht gefährlich. Äh... Siehst du? Weil ich da drauf gesprungen bin. Jetzt müssen wir aber trotzdem gehen. Ja, da. Weiter nach hinten, oder? Weiter nach hinten, weiter nach hinten, weiter, weiter... Links. Oben gucken. Ach so, ach so. Genau. Ich dachte, der würde jetzt nach unten... Ah! Ich bin aber von einem Lift ausgegangen, dass der nach oben geht. Deswegen dachte ich, hä? Das ist doch kein... Okay, den habe ich zwar schon gesehen. Oh! 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 Junge! Oh! Da wären wir ja beinahe noch verreckt. Ja, ich glaube, das war ein Transformator, oder? Jetzt ist ja... Ja, ein Blackout haben wir. Ja. Alter. Es ist so dunkel jetzt auf einmal hier. Es ist so dunkel. Hm. Aber erstmal Hände wärmen. Ja. Alter, geht er weg. Oh! Okay. Diesmal das Richtige auswählen. Ja. Also, wäre ich immer perfekt, dann wäre es irgendwann langweilig, so in dem Sinne. Nee, eigentlich gar nicht. Gehen wir hier lang? Alter, wäre sicher Türen... Okay, ich wollte gerade sagen, die wäre auch noch gesichert. Ich dachte gerade, wer sichert so ein Scheiß-Turm, wo jeder... wo jeder mit in den Schrank kommt. Durch zwei gesicherte Türen. Also, als würdest du einen Kartoffelpuffer viermal beraten, weißt du? Ich finde es immer noch lustig, dass diese Kästen... Immer diese Solarte hell da oben da, diese Solarplatte. Aber man selbst... Selbst wenn es im Gebäude stehen. Ja. Das finde ich einfach... Kann ja hell sein, ne? Was sind das jetzt eigentlich für Punkte, diese Augen? Jetzt haben wir die neue Sammlerobjekte. Okay. Boah, du mit deiner Waffe, du. Ich mag die halt. Meine Fresse. So, jetzt habe ich keinen Bock hier. Ja, noch ordentlich C2S-Turm, das sieht man so. Hier haben wir eh nichts mehr, also gehen wir kurz da hin. Ja. Denn... Ich bin nicht so der, der gerne läuft und Schritte macht, sondern... Knutschig-Knutsch. Ja. Äh, machen wir nicht. Ja. So... Nee, zurück. Machen wir einfach mal den... Ja, der Corti sitzt auch ganz geil. Oh, der Luciano, der fühlt sich richtig gut. Echt, der fühlt sich gut? Ja, das ist der, den wir hier von... ...dem wir im Autohaus gekillt haben auf dem Klo. Also, wo er auf dem Klo kam. Kann ich mich nicht dran... Ah, nee, nee, das habe ich mit Lasse aufgenommen, glaube ich. Das war noch... Doch, das habe ich mit Lasse aufgenommen. Hä? Echt, mit Lasse? Mit Leslie? Mit Leslie. Nimmst du den da? Den oberen, oder? Ja, und dann... Fahren wir da einfach mal hin und dann... Dann würde mich ja echt mal interessiert, ob der sich so gut... Oh, ja. Schon ganz geil, ne? Der ist schon ziemlich nice. Muttershorn ist auch so ganz geil. Das war die falsche Taste, mein Lieber. Vielleicht... Ich wollte den Fokus einsetzen. Deswegen drückst du auch A. Ich verstehe nicht. Ich meine... Das ist halt immer so die... So die Selfie-Sicht, ne? Wie ich mich dann... But first, let me catch the selfie. Ist hier mein Täter verseucht? Da-da-da-da. Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. Oh, das ist hier nicht gleich wieder erinnern. Also ich muss sagen, der fällt sich... Der fällt sich schon ganz geil, ne? Der fällt sich extrem geil auf der Straße. Ich finde mich sehr, sehr geil. Ergleich reicht das war schon, mein Lieber. Ja, vor der Recht. Frrrrrrrrrrrr! Woah! Ich muss ja immer mit Special Effects arbeiten. Blöd, Mann. blödmann und dann vorbeigefahren schöner wo ging es ja eigentlich was ist so geil dass sowas auch mal passiert so geil focus 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 nicht ja fahr den nicht um das war so ein reflex ich muss hier noch spielen der hat echt nichts besseres verdient leute wisst ihr hab ich auch nicht du bist vorbeigefahren ach da war das okay sagt mir doch mal bescheid der scheibe ist ja so ein bisschen luftig ne ich mag das eigentlich mal wenn ich so ein durchzug habe das ist immer durch einmal dran ziehen und dann ist gut okay rest laufen wir zu fuß weiter und ich war voraus denn das macht eigentlich immer sehr 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 viel spaß sehr sehr viel spaß okay dass man dann ein aufstecken dieser turm wahrscheinlich ist ja bei meiner oma im garten besser aus in den bergen anstatt dass die straße nehmen nein ich denke wahrscheinlich ist das so wie diese vorgescheuchen nur für menschen ja oder soll das vielleicht und das bedeuten vielleicht der zack oder so keine ahnung kann auch sein das würde mich mal interessieren da unten ist das jetzt sehr ernst da geht's doch lang okay ja geht es auch ist ja okay ja muss man natürlich auch noch aufkommen okay das regeln jetzt gehst du ganz zurück ganz zurück ach so jetzt habe ich die tür von offenbar das sind natürlich was mit mir das ist natürlich ist die leiter hoch und an der anderen seite wieder runter und die ziert ja ist doch so eine amie ist halt auch hier nein kann ich nicht so und dann hacken wir das ganze das tolle cts und ja dann haben wir schon ein paar würde ich mal sagen ja glaube ich eher am anfang ein bisschen machen sollen dann hätten wir ein paar mehr verstecke gehabt und sonstiges da neues versteck ja neue fahrzeuge schön was reingeschaltet dann würde ich sagen nein gehen wir nicht im escape sondern gehen zu unserem versteck müssen wir natürlich auch mal betrachten genau es sieht eh wieder gleich aus ja ich würde gerne mal ein haus haben sogar der container ist grün ja ich würde mal lieber ein haus haben als ein container hier aber es reicht ja aus was man ja alles machen kann ja ja kannst du ja audiologs anhören ich jetzt ich gehe jetzt erstmal raus du gehst du deine mama was steht denn da für ein auto vor der tür guck dir das mal an und dann gehen wir hier und da auf die insel und fahren einfach mal dahin genau denn dann haben wir die auch einfach macht wenn sie nicht ein anderes auto und das ist ein bisschen lahm oder geht gar nicht wenn du meinst sehr geil ich muss da übrigens wo bei joshpe sind und das hat einer youtube angeschrieben der hieß joshpe schön groß an dich ah ja da sind lustig äh ey kann man die auf den namen joshpe hat wo sie auf seinen youtube namen joshpe ich denke nur so hatte andersrum ja erst muss ich auf den weg kommen erst mal musst du musst du auf den weg kommen ja kommen und 900 meter von unserem ziel bis zu unserem zielen 900 meter bis zu ihrem hochbahn jetzt ist ja runter hier ist ja hier die u-bahn hier in der straßenbahn haben wir richtig geil und sehr sehr geil und ja den lkw mag ich nicht ja ja muss übrigens ab hast du am scheiße hallo ich mag ich mag den lkw ist doch wieder ne es kuschelt noch mal schön ich mag dich immer vor die würde sogar auf unfälle reagieren ja der würde auch rausspringen und würde ihm helfen würde sanitäter rufen und so oder rettungsassistenten der weiß oder das ich meine rettungsassistenten sind wir von ausbildung her höher als die rettungssanitäter ja also überhaupt seit 2014 gibt es ja ist das notfallsanitäter gesetz du musst uns jetzt nicht mit deinem wissen hier belagern wir wissen alle das rettungsanitätern und rettungsassistenten was ist lieber kreis oder erlauben also mehr sachen erlauben soll die ansonsten oder notarzt auf weil wir notarzt haben in deutschland ja wo ist denn der schlechstung ist überhaupt jetzt irgendwo hier drin ich gehe einfach mal da da ist ein situas block auf jeden fall da ist ein getränkeautomat was mit dem automaten los das uns gerade beleidigt achten kennen wir ja oder den kennen wir hier sind wir noch nie weiter gekommen aber einfach nicht wissen wie wir da auch du gett in der ja das ist wahr da kommen wir so rüber haben wir so ist hier irgendwo in nächster näher eine kamera ein kamerateam den kamera eine kamera oder ist überhaupt eine tür ist gerade ich frage wir kommen wir von hinten einfach nicht rein guck mal schmied das lander mann guck mal nach rechts oben oh mann guck mal die gebäude an und da kommen wir hier bei dem dach ja weil kommen wir nach links kommen nach links nach links da irgendwo hochkommen dann nämlich einfach rüber gehen stimmt und dann fahren wir lift runter ja hier mit gabelstapler perfekt perfekt das ist eigentlich so leicht wenn es aber hatte eine der person in der hand wuchs zurück der person die eigen app mann wenn er jetzt noch so schießgeräusche machen würde hat er doch gemacht idiot ach so gern schon da du darfst nicht rein auf nur idiot war ich doch gar nicht blöd mann das ist eigentlich ein kackteil das sollte mich zerquetschen ist er abgeblockt kann man ja gar nicht benutzen um gegner zu töten dann gehst du auf den vorsprung ja darüber die palette legst du so gut und deinen schönen lifter jetzt auch anstatt darüber zu springen aber wo müssen wir dann hin müssen wir da oben ja okay es könnte da so eine art fluchtweg dann sozusagen seine wo dann wieder rauskommt irgendwie muss uns auch noch überlegen wie ich so hätte komme ich da raus es geht über den gabelstapler würde ich sagen mag sein mag sein muss nicht sein so wer es mag ja dann ist die tür offen und dann können wir auch hier ganz easy rein ja also ich finde die aussicht ja richtig schön da kann wir uns gleich noch mal mit dem käffchen hier hinsetzen angucken in hocken können wir uns gar nicht mehr aber hier können können wir gar nicht nicht aber egal brauchen wir uns an so ein kacka ding dann ist ein kacka ding da neues versteck neues versteck das ist ja toll aber erstmal ja gucken wir uns die aussicht dann die karte öffnen nein warte ich will mir doch die aussicht angucken weltkarte welt gucken uns da hinten diese tollen dinger da an und dann die tollen wolken kratzer und dann werden wir auch die folge wir hoffen das hat euch gefallen und in der nächsten folge wenn es euch interessiert sind wir dann schon im versteck machen eine room tour und dann bis bis jetzt tschüss 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 tschüss